Der AS Innenausbau Cup ist in diesem Moment auf der Reise mit Wonderful Starlet in der Bahn Mitte. Hat das Kommando übernommen, dann kommt weiter außen Sima mit in die vordere Linie und auch Shelby ebenso wie Samoa vorne mit dabei. Aber Wonderful Starlet bringt das Feld in den ersten Bogen hinein. Dahinter Sima an der Außenseite, ganz innen Samoa, zwischen beiden galoppiert Shelby und weiter außen verbessert sich jetzt auch Itrefka mit nach vorne. Am Schluss des Feldes galoppiert dann zunächst einmal Carolus hinter Sandstorm. In der Gegenseite bei flotten Tempo, Wonderful Starlet vorne. Zweites Pferd ist jetzt Itrefka, ganz außen galoppieren, Samoa mit Sima dahinter. Dann sind es zwei Längen bis zu Shelby an der Außenseite, innen davon galoppiert Sandstorm. Und am Schluss des Feldes, da ist Carolus auszumachen. Mitte der Gegenseite ist passiert Wonderful Starlet an der Spitze gemeinsam mit Itrefka außen daneben. Die steckt den Kopf in Front, führt das Feld jetzt an, Wonderful Starlet, dadurch zweites Pferd. Drittes Pferd ist Sima dahinter, innen galoppierend daneben Samoa vor Sandstorm, dann Shelby und Carolus am Ende des Feldes. Der Schlussbogen ist erreicht, Itrefka mit Wonderful Starlet an der Spitze. Dann sind es drei Längen bis zu Samoa, Sima, Sandstorm und Shelby und am Schluss des Feldes Carolus. Der Scheitelpunkt des Schlussbogens ist erreicht und Wonderful Starlet wieder alleine vorne vor Itrefka. Dann rückt Samoa auf. Sima ist in Nöten, wird hier heftig unterstützt bereits. Dahinter Sandstorm, Shelby und Carolus. So geht es in die Zielgerade hinein. Wonderful Starlet mit dem Kommando. Die erste Verfolgerin ist Samoa. Dahinter kommt Sandstorm ins Rollen. Aber Wonderful Starlet marschiert. Wonderful Starlet vor Samoa und vor Sandstorm. Das ist im Moment auf den letzten 350 Meter die Situation. Wonderful Starlet. Jetzt kommt aber Samoa. Wonderful Starlet ist vorne. Samoa wird stärker. Wonderful Starlet mit Samoa. Weit zurück Sandstorm. Wonderful Starlet innen. Samoa außen kämpft und geht jetzt an Wonderful Starlet heran. Aber die gibt sie nicht geschlagen. Samoa aber ist vorne. Samoa. Samoa auf der Siegerstraße. Samoa gewinnt vor Wonderful Starlet. Dahinter Sandstorm. Weit zurück Dritter. Noch weiter zurück ist Sima als Viertes auszumachen. Dann Carolus. Dann Shelby. Und schließlich Itrefka. Wie check Manuel Beßer. justine pizza zuufen. induktioniert. Temate so! Das sind apprentice.